Mehrwertsteuer 5% sind genau das, was uns jetzt alle weiterblut. Das ist unbedingt ganz wichtig. Ja, du, 5% von Familien sind hier. Ich finde da ganz wichtig, für ein halbes Jahr die Mehrwertsteuer von 19% auf 16% zu sehen, damit die ganzen Finanzämter, Finanzbuchhalter, alle Tourgutschock holen. Ja. Und jetzt in der Gruppe, starten, so, und dann noch, gut. Mein weiterer Ordenschein, Kulturinvestment, schon ein Teil der Wille. Wie kann man denn noch teilen, gibt es noch mehr, du kommst aus dem Westen, und Playout Breast, Bokar, Kantian Westen, ach, schätze ich noch mal, Kantian Westen auf der Körse. Das ist nämlich auch. Gut, wir sind nämlich, ähm, wir sind nämlich, äh, 18.50, genau. Das kann man ja eigentlich. Das haben wir schon, oder? Hm, mhm, 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 mhm. Das ist die Seite, man muss es privat bedienen, die Seite geht umschneiden. Das ist ein normales Typ. Ja, ja, genau. Das Bild, das du gerade hast, das war die Seite. Wie ist das? Das ist die Seite. Die Musik geht. Dann ist man privat. Das ist der Punkt, du machst das? Das ist der Punkt, du machst das? Ja, das ist ein normales Typ. Das ist hier. Sorry, du hast es nicht so gut. Das ist der Punkt. Dann ist es der Punkt. Alles muss man selber denken, wir haben gleich ein bisschen, so, wie geht es? So, also, Hallo Welt, wir freuen uns, dass wir hier zum Wohnzimmerkonzert sind, zum zweiten Mal bei dir, Chris, oder zum dritten Mal? Zum zweiten Mal hier drin bei neben mir und in der Wohnung von Christoph Schneider. Oder zum dritten Mal. Es ist zum dritten Mal? Es ist zum dritten Mal, ja. Ja, okay, ein bisschen die Höhen raus vielleicht von mir. Und wir sind nicht auf der Terrasse, leider nicht, aber wir sind hier drin, draußen regnet es, es ist gemütlich, wir haben keine Mühen gescheut zu illuminieren, also wir haben sogar Kerzen gefunden und sowas und hier habe ich einen rotierenden Speaker für die rotierende Welt. Lasst euch gut gehen, genießt den Abend, seid mit uns bei unserem Onlinekonzert. Ich bin nur ein bisschen die Höhen raus, das ist gemütlich, ja. Okay. Okay. Okay, one, two, three. Okay. Okay. Musik 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 Hallo Welt nochmal, wir freuen uns hier für euch zu spielen, das war etwas Rainy Day Blues gewissermaßen, wir haben hier keine kosmologische, lauter Equipment auszuprobieren, das lange Keller stand, jetzt haben wir die Zeit, und wir müssen es nicht in irgendeine Kneipe schreiten, sondern nur aus dem Auto ins Wohnzimmer, das ist mal sehr angenehm, ein rotierender Speaker für eine rotierende Welt, also nach wie vor sind Wohnzimmerkonzerte für uns sehr wichtig, es geht jetzt wohl, dass wir Biergärten auch spielen, gelegentlich Kneipen, ich habe einiges im Petto, ich werde es auch ein bisschen weiteres mit Online-Übertragung mischen, weil einfach, naja, weil alles crazy ist, gerade haben wir erfahren, dass die Mehrwertsteuer für Musiker auf 5% gesenkt wurde, danke, ich bin eh befreit, und die Frage ist natürlich auch, 5% von was, also von null oder wie, keine Ahnung, wie das gemeint ist, oder 5% von der Soforthilfe, wäre geil, weil es wäre 50% von null, Hinweis, in dem Fall natürlich auch wieder auf unseren PayPal-Link und die andere Angabe, womit ihr aus unserem Vergnügen hier einen Job macht, nach wie vor seit drei Monaten fast der Einzige, der uns als Musiker momentan bleibt, der uns aber viel, viel Freude macht, und weil wir nicht so viel fahren können momentan, fahren wir jetzt mit Musik von Pocket Troop Route 66. bis ¡Sigge der IG, bis cichere Modest um Fantasy herin 도 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020